Mit Jimdo, beziehungsweise Unterstützung von Jimdo. Wenn ihr eine Webseite haben möchtet, geht ihr wohin? Zu Jimdo. Korrekt. Und dann machst du dort was? Meine Webseite. Und was klickst du dort? Webseite. Dolphin zum Beispiel. Dolphin. Dann fragt dich der Dolphin so, sag einmal, wie heißt du denn? Sag ich, servus, ich bin der Schorsch. Genau. Und dann sucht er im Internet nach Schorsch und findet dort Ergebnisse. Hier gibt es zum Beispiel einen Google-Eintrag von Schorsch und der wird dann dort reingesaugt. Dann füllt er schon mal alles aus mit Logo und Farbschema und deine Adresse und deinen Google-Maps-Eintrag, Facebook-Sagre, Instagram, hin und her. Dann ist er schon mal alles ausgefüllt. Und dann sagst du hier, ist gut, ist fertig. Dann hast du eine Webseite, hast du die Domain und kannst da deine Leute, deine Kunden draufschicken. Und das ist schon ganz nett. Ja, das ist vor allem relativ einfach. Du musst dich halt einfach um nichts kümmern, wenn du es nicht willst. Genau. Also geht mal auf www.gymdo.com slash Bits und so. Dort gibt es die verschiedenen Varianten. Jimdo Free, Jimdo Pro, Jimdo Business. Dolphin ist der Chatbot-Assistent, der das dann für euch erledigt. Und damit ist das Problem-Website für einen kleinen Preis erledigt. Mit unserem Code Bits und so gibt es 20% Rabatt. Herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. So. So.